Hallo und herzlich willkommen zum Infovideo zu Swiss Toy 2016 Ja, ich weiss, es kommt etwas spät, denn Swiss Toy läuft bereits 2 Tage Aber morgen am Donnerstag und... Was morgen am Donnerstag sage ich? Morgen am Samstag und über morgen am Sonntag bin ich von der Swiss LB Gamers dort und am Samstag, also morgen, ist der Niki auch dabei also morgen das komplette Team und am Sonntag nur noch ich plus immer auch unser treuer Begleiter der Kameramau wird dabei sein und ich möchte euch einfach kurz ein paar Informationen geben kurz und bündig, was euch erwartet wird ganz am Anfang, wo ist die Swiss Toy? Die Swiss Toy hier ist auf dem Bern-Expo-Gelände sieht so aus, das Gebäude hier in dem blauen Gebäude wird das Ganze sein hier wird, glaube ich, die E-Games ist eben das Jahr grösser geworden es gibt ganz viel spannende News es gibt ganz viel Neues aber ich kann euch nicht alles erzählen weil ich bin, ich kenne mich selbst mit der Swiss Toy nicht so aus, ich war ja noch nicht dort ich habe noch nichts gesehen aber ein paar Züngli haben wir schon verraten dass es dieses Jahr eine ziemlich fette Messe sein warum? Es sind neue Leute, die an dieser Messe gearbeitet haben neue Leute, die verantwortlich waren für diese Messe plus hat es zusätzlich, ähm, ja, ein Parabolent das Reinkapolent schrieben irgendwie, das ja scheinbar fett sein und ich habe vorhin gesehen, die E-Games ist gewachsen und etwas gewachsen von der E-Games ist mein Herz sehr glücklich also, hier, Bern-Expo, hier fängt der ganze Spass an hier fängt das Ganze an das ist wie in Bern, wenn wir da jetzt reinzoomen hier dann könnt ihr am besten, wenn ihr mit dem Zügel unterwegs seid steigt ihr hier Bern-Wankdorf aus könnt ihr einen kleinen Lauf-Masch machen und hier hinten rein gehen sonst wäre es so eine so oder könnt ihr das Träumli reinnehmen bis hier steigt raus geht hinten reingang durch aber ihr könnt natürlich auch von Bern-Bahnhof wo sich hier befinden ein Träumli, der sich hier durchschlängelt irgendwo hier so durch und dann hier vordran hier anhalten könnt ihr den Einstieg und könnt ihr den Eingang hier benutzen so so viel zum Messengelände das wird hier das Teil hier sein und der Niki kommt direkt in mein Info-Video rein Salut Niki Guten Morgen Schön jetzt zu sehen ich zeige gerade Niki was was morgen auf uns zukommt in diesem Info-Video Nein Oh, das zeige ich und ihr habt etwas Gutes verkünden Niki ich muss schon das Mikro essen Niki muss das Mikro essen ich erzähle aber weiter ich sehe das noch einmal auf dieser Grafik und ja früher waren die E-Games hier in dieser roten Halle heute sind die E-Games hier in dieser Halle 3 heisst die Fläche von E-Games ist dieses Jahr mal 2 das wird etwas Spannendes Ist das letztes Jahr einfach das Kinderzeug war? Mhhh das weiss ich nicht Und nachher haben die Leute gefragt Mo 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 Ok Ich kann ja auch zusammen darüber reden Dann habe ich ein paar Leute gefragt Ja, kann man euch sehen kann man euch treffen und so weiter und so fort Ich sage einfach kurz und bündig Das letzte Mal haben wir das auch schon gemacht und dann ist niemand gekommen Dann sind wir ganz alleine durchgestanden Ich mache es dieses Jahr wieder Vielleicht kommt ja jemand Wenn ihr uns weite sehen sind wir zwischen dem Das ist übrigens wieder das Messengelände hier von oben Das ist die drei Halle Das sieht ihr hier jetzt von oben Hier ist vom grossen Tramstation der Eingang und hier ist der Eingang wenn man von Bern-Wankdorf kommt Würden wir uns treffen wenn ihr euch mit uns reden oder wir sehen oder was ihr mit uns nicht schwingt wenn ihr sie rumlaufen Zwischen dem Stang F20 und dem Stang F21 hier werden wir gehen Also durch ich und den Niki am Samstag am 2 und ich allein am Sonntag am 2 werden wir uns hier treffen Wenn Leute kommen ich werde ca. 10 Minuten dort sein Wenn niemand kommt dann gehe ich einfach wieder am 2 am Nachmittag von der E-Games und der Swiss Toy Und ja Ich meine viel mehr zu sagen gibt es nicht auf was ich nur kurz eingehen möchte ist Was gibt es an diesen E-Games zu sehen an dieser wichtigsten von der Swiss Toy von meiner Seite her Es gibt als erstes den Anime Shop Dann gibt es Benford AG Keine Ahnung was das ist Dann gibt es Classic Game Store Keine Ahnung was das ist Dann gibt es Consoles For You Keine Ahnung was das ist Klospeilen Costplay Lounge Das könnte mir etwas vorstellen Dann gibt es Geek Replik Das ist auch irgendwie so Figuren aus dem Zeug HP ist dort Inizip Keine Ahnung Irgend so wieder ein Spielzeughändler Mediasone Das ist Keine Ahnung was das ist Dann gibt es Medion Schweizer ist dort der Stang nach dem dringend ansehen MTV ist dort Nintendo ist dort Rockstar Magazine ist dort Dann gibt es Schweizer Gaming Institute ist dort Samsung Electronics ist dort Schweizer Modellflugverband Game Developer Verband Silent Computer Das Lädenli Sony Playstation ist dort Steckcomputer ist dort Und Sweetie Suisse Das ist auch Leckerl Aus Weisscomputer zu sein In den E-Games Ich freue mich Ich freue mich Niki Wer nicht Ja Sicher freue mich Es wird ziemlich interessant Aber das muss grösser Und ich freue mich Ich freue mich zu sehen Weil Niki Du glaubst nicht Das ja machen andere Leute die Mess Und irgendwie Ja Die Leute wird von anderen Leute organisiert Und jetzt ist plötzlich die Fläche der E-Games doppelt so gross Und ähm Ich habe schon einen Abonnenten gesagt Der kennt jemand der dort arbeitet Bei diesem Institut Oder das machte Und er sagte Die Suisse 2 Und die E-Games Die sind so fett wie noch nie Oh Oh Yes baby Jetzt hast du meine Wartungen geweckt Oh ja Und Es ist noch nie so viel Werbung gemacht Für die Suisse 2 und für die E-Games wie dieses Jahr Ständig auf dem Radiosender Pfeift die Suisse 2 Werbung raus Psch 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 Das wird etwas richtig Also Kurz zum Abschluss noch einmal zu sagen Morgen übermorgen sind die Suisse 2 in Bern Die Leute haben noch das Bilei bekommen Geht an die Suisse 2 bei der Wittschussi Genießt Die Zusammenkunft von guten Leuten Und Ja Morgen sei ich Und der Niki dort Übermorgen bin ich dort Und wir lassen richtig krachen dort Werden ein paar schöne Videos machen natürlich Werden Natürlich selber mal Hange dürfen anlegen Was Was es denn wird sein Weiss ich selber nicht genau Ich will mich noch nicht zu viel darüber informieren Ich will einfach her Und mich überraschen Und es geniessen Ich wünsche euch einen schönen Abend Wir sehen uns morgen bei Swiss Toy Oder bei E-Games Oder auch übermorgen Je nachdem Ich wünsche euch eine gute Zeit Schlaft gut Bis dann Tschüss Tschüss Ja Tschüss